okay wir sind in der letzten episode gestorben das heißt wir müssen uns wieder von vorne durchkämpfen wieder das ganze zeug ansammeln ja aber der vorteil wir sind somit jetzt aus dem halbwegs gefährlichen gebiet raus und haben jetzt ein halbwegs sicheres gebiet ich sag ja halbwegs weil die sind ja nach wie vor da und werden uns nerven ohne ende ohne pause gibt es da keine gewerkschaft dagegen so joker alle oder wer alles klar da buch dann wir uns wieder mit alles zusammen ich habe gerade gesehen wir brauchen hier wieder stein für die axt das heißt wir brauchen okay ja ab und an höhere geschwänzter manchmal das problem ist ich habe jetzt keine fackel das heißt ist hier natürlich an der trip irgendwas drin ist und die nehmen wir natürlich die lichtquelle weg egal wir werden es schon hinkriegen böse böse feuersteller ich verbrenne mich nicht klar da könnte es ein weichen dauern jetzt okay zweimal kohle dann kann ich gleich wieder zwei fackeln herstellen sobald ich natürlich genügend material habe torch favoriten zwei fackeln bitte danke ja okay kann man natürlich auch machen schmerztabletten immer gut immer nice immer her damit ja wie gesagt kann jetzt ein bisschen gehen aber bevor jeder jetzt wild rumsuche kloppe ich lieber das hier ist jetzt voll mega spannend ähm haben wir für nix äh nö und sonst so alles fit der zum beispiel hat also als sie jetzt eigentlich ich erne sie ähm die hat einen ziemlich festen schlag die schlagt steine zu drei das kann auch nur ja jackie-chan und die ganzen so endlich eine axt hier wo das lästige arbeiten so so okay wo bin ich denn gestrandet ah okay okay dann habe ich ungefähr einen orientierungspunkt also mein rucksack vergesst das ich hole den nicht mehr denn da ist eh nicht mehr so viel wichtiges drin so klar aber ich sammle lieber hier in der wüste was in der wüste komischerweise überlebt einfacher als in dem ähm verstrahlt also leicht verstrahlten gebiet keine ahnung oder ich weiß nicht wie wie soll man das bezeichnen ja wasteland eigentlich so oh hier beginnt der canyon den habe ich auch noch nicht gesehen also ja ziemlich tief geht runter und dass sie jetzt ein paar börtnisse finde ich auch ganz nett wow ah brauchen ein bisschen mehr holz Müll ich liebe Müll wir alle lieben Müll wir produzieren Müll und wir lieben Müll so ich brauche Holz 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 okay dann muss halt der gute alte Baum hier hier halten Mann wir haben schon 11 Uhr ei ei und noch nicht mal irgendwas gebaut so ähm skill bow frame good frame genau die schaufe einfach nur dass wir die Quests erledigt haben so jetzt kommt wahrscheinlich die Bad Roll oder jep Bad Roll danach kommt noch denke ich mal das Campfire das werden wir wahrscheinlich auch relativ hinten kriegen so dann Scrap haben wir das doch das nehmen wir doch gleich wieder mit Crap Campfire genau eine Bandage sicher ist sicher 25 Pfeile für das erste oder fürs erste sollte das langen ok ich sehe zumindest mal keine Kollegen hier genau und das ist jetzt in den anderen Videos, wo ihr das wahrscheinlich schon erzählt habt, aber hier die Weitsicht ist absolut herrlich, muss ich sagen also gut Job Fun Pims weil ich weiß nicht, also es macht viel mehr Immersion, als wenn ich jetzt nur aus der Nähe habe weil dann kann ich auch in die Weite, in die Ferne blicken und weiß genau, ah ok, da ist zum Beispiel mein Haus oder so oder da ist irgendwas Interessantes zum Entdecken macht also viel mehr Sinn gleich mal ein neues Campfire so Basic Survival erledigt Raw Iron ok ok, wie sieht es uuuuuh ok ähm sieht natürlich nicht so gut aus mit Trinken und das Ganze oh Kaninchen komm her Kaninchen komm her komm her komm her naa wow das war alles mit ersten Heads sorry ok Fleischhammer badness badness man ich werde irgendwie immer so reich beschenkt und dann habe ich immer das Gefühl gleich kommt was irgendein fieser Geselle der es mir nicht gönnt aber ja egal so dann schauen wir doch mal n贏 nix nix warte warte war doch hier ne nix ok nix Rucksack voll. Die Yucca nehme ich natürlich gleich mit, weil die sind gut. Die sind ein bisschen verbessert worden, also sprich, sie sättigen jetzt ein bisschen mehr. So. Ja, ich überhitze, war ja klar. Warte. Plantfire, wer hat... ...X... ...Scrib. So. So, ich sammle jetzt ein bisschen viel Yucca. Die Pfeile, die werden wir wahrscheinlich das Leben retten. So. Okay. Yucca. Bisschen Yucca. Oh, da haben wir unseren ersten Kollegen. Mann, bist du widerspenstig. Stirb doch einfach. Ah, aber du hast welches Gutes dabei. Also, von daher. So. Okay. zum Abkühlen. Zum Abkühlen. Jawollo. Das läuft. Ach. Krabbelschau auch hier. So. 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 und gehen. So. 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 und das hier dürfte Ghleber, Pass nicht. Hühnchen間 oder so. Ah, Häschen. Hm. Also mit der Jagd habe ich jetzt nicht so viel Glück. Obwohl, das Häschen ist das eine. Oh. Ich glaube, da habe ich was gefunden, wo ich nicht finden hätte sollen, oder? Ja, so ein Zeltlager. Gut, besucht es. Ach komm, die Viecher wollen mich irgendwie alle... Achso. Achso. Hallo, Nurse. Bye, Nurse. Wow. Headshot. So. Ah. Okay. Ähm, wo geht es denn hier raus? Ich glaube, hier wurde der Canyon irgendwie gemacht. Äh, Baumstumpf. Okay. Der Baumstumpf will nicht. Aber irgendwann... Äh, Hühnchen. Komm her. Hey. Wo war es denn? Ach komm. Die Hände spielt mit mir fangen. Okay, Essen brauche ich doch noch. Okay, Trinken habe ich noch 75%. Also von daher geht es noch. Oh, da war doch irgendwas. Hm. Okay, ein Wasserfall. Schön. Und wie kommen wir jetzt da rüber? Kann mir das eine mal sagen. Wahrscheinlich eine Brücke. Vermute ich mal. Ja, ich ernähre mich jetzt momentan von Yuka. Okay, dann noch zwei Gläser hier. Ein Yuka-Saft da. Okay, da ist da Wasserfall. Okay, es schaut ein bisschen schräg aus. Aber ich denke mal, das wird dann sicher auch mal, äh, gefixt. Ja, schöner Wasserfall. Putz. Okay. Äh, geht es? Äh, sind da Hunde? Nee, aber ein Hase. Häschen. Oh. Okay. So, gib mir deine Schmerzmedikamente. So, dann locken wir doch mal ein paar her, damit wir sie besser sehen. Ah, fuck. Hat nicht geklappt. So, dann locken wir die Schmerzmedikamente. So, Leichen plönern vom Feinchen. Ach komm, Leute. Gib doch Ruhe. Eigentlich war so eine Schulter vorbei. So, wie viel haben wir noch? Ah, neun zum Pfeil. So, ich mach gleich einen Cut. Ich mach nur hier mal kurz noch sauber. So, die Krabbeler sind ein bisschen schwieriger zu zählen. Sie sind zwar langsam, aber... Ach, komm. Das war jetzt. So. Hat auch nix. Okay. Die haben alle zusammen nix. Ähm, ja. Jedenfalls, wie gesagt, ich mach hier ganz schnell einen Schnitt und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.